So, Leute, wir haben gerade hier den Stein kaputt gemacht, aber das ist ja egal. Wir wollen ja eigentlich nicht einen Blick, wir wollen in den Stein. Oh, ich hab die Fakke bekommen. So, das sieht dann viel schöner aus, wenn das mehr mit Holz ist. Ne, warte, das kommt eigentlich nur hier hin. So. Ah, Fakke kommt hier wieder hin. Das da oben machen wir auch noch hin. Im Moment sind wir noch bei den Wänden. Warum mach ich das eigentlich nicht so? Ich geh jetzt hier schneller fahren. Das wird nachher auch noch besser gemacht mit Dings, mit Glowstone und alles. Oder mit normalen Flows, äh, mit Whetstone-Dinger. Oh, hier ist schon. Ne, das ist egal. Dann sieht man das auch schön. Das ist hier unten auch noch. Das gehört auch noch ganz gut. Das hier gehört auch noch. Dann sieht's, glaube ich, aus wie ein Minen-Eingang, aber das ist egal. So, jetzt muss ich dafür raus. Jetzt machen wir hier noch den Rest. Gehen wir in den Rest. Und hier, das ist halt schon runter. Und hier, das ist, kommt auch weg. Dann, das ist halt schon mal hier eigentlich rein. So, oder lassen wir das so runter. Guck ich jetzt. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Einfach, das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Auf XBOX, auf der XBOX 360. So, jetzt kommt das da, sieht das so eigentlich schön aus. Also ich meine, das hier, das sieht so komisch aus. Na, wir machen es mal. Ne, das kommt weg. Das hier kommt alles weg, das sieht... Achso, ja, ach, der ist die Kusser drauf, ja genau. Das hier kommt weg, das sieht nämlich komisch aus. Uh! Kommt's wieder weg? Nee, warte mal, ich hab doch ganz vergessen. Äh, wir spielen nämlich hier im Creative Lotus immer nur am Tag. Da hab ich jetzt vergessen, das Tagesding da zu akkrieren. Äh, zu deaktiven immer nicht. So, sollten wir das hier auch wegmachen? Ja, natürlich. Alles kommt hier mal weg. Ich muss das so gucken, ich seh nichts. Das hier kann ruhig stark leiden, aber nein, das kommt hier... Der ganze Berg, der kommt jetzt mal weg und ich nehme eine Schaufel. Da ist sie ja schon, denn das sieht irgendwie... Ja, dann sieht das ein bisschen realistisch aus. So, hier hängen überall Fackeln. So, hier hängen überall Fackeln. Ja. Und die Musik könnt ihr euch auch noch... Die Musik ist ja an. So, jetzt ist Nacht, jetzt gehen wir schlafen, denn in der Nacht sehe ich nichts. Also, der Boden fehlt auch noch, genau. So, und jetzt... Aha. Da liegen sie. Ah, nein, die bin ich falsch. Und zwar hier das Tagesding. Wo ist das Ding? So, da muss ich immer doppelt gucken, ob das so wirklich funktioniert grad. So, denn jetzt, wo ist die Sonne? Die geht irgendwo auf. Da. Sie bewegt sich glaub ich nicht mehr. So werden wir hier rausfinden, irgendwann wieder. Genau, sie bewegt sich nicht mehr. Dann geht es gut. Das tut mir leid, Leute. Nein! Mal den Schaufel. Okay, weiter geht. Was kommt da alles her? Was kommt da alles her? Ich glaube, hier machen wir das noch. Dann setzen wir das da wieder hin, dann sieht das nicht so aus, als ob das in der Erde wäre. Wir machen das jetzt anders, wir machen jetzt so ein Spitzhaus. Ich glaube, das sieht man schon, das wird nichts, dass es innen hohl ist. So, dann nein, das wird gar nichts, das Haus haben wir zu breit gemacht. So. Naja. Geht jetzt zwar hier in das Ding rein, aber ich glaube, das war schon so. So, dann bauen wir jetzt ein Haus für Pferde. Moment mal. Ich muss das nachgucken. Das Ding hat sich immer noch nicht gerückt. So. Wenn es, aber es kann immer noch regnen, ja? Das ist gut. Eine größere Farbe haben wir auch noch. So, wo setzen wir denn da zwei Szenen hin? Hier. Nein, dann kommt man hier nicht mehr hoch. Erstmal gucken wir nach Pferdchen. Ob das noch lebt. Pferdchen. Nein, das ist verschwunden. Ist das das hier? Ist das das Richtige? Nee, ich glaube, das ist hier drin, oder? Nee, das war hier. Pferdchen ist weg. Pferdchen ist weg. Pferdchen ist weg. Pferdchen ist weg. Okay, das darf man also nicht einbuddeln. Ich weiß ja auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, gibt's nichts auf jeden Fall. Wo bringen wir das denn hin? Hier. Achso, ja, das hier wollte ich eh alles wegmachen. Genau. Aber wisst ihr, wie ich das noch besser wegmachen kann? Moment mal, ich muss hier im Tiefsuchen. Nein. Sonst ist da nachher so ein Loch da drin. Aber das hier, das dauert immer so lange. Ich glaube, ich nehme hier doch lieber noch Erde. Nein, das dauert mir hier zu lange. Nein, ich nehme hier zu tun. Pferdchen ist da eine Hülle. Pferdchen ist da eine Hülle. Oh... Pferdchen ist da eine Hülle. Oh... Vielen Dank.